Lebensmittelinfektionen Laut WHO, Voltaeal der Organisation, zählen lebensmittelbedingte Infektionen und Lebensmittelvergiftungen zu den häufigsten Erkrankungen des Menschen. Bei einer Lebensmittelinfektion gelangen Keime über kontaminierte Lebensmittel oder Wasser in den Körper und vermehren sich dort. Dies führt zu den typischen Symptomen einer Gastroenteritis, Erbrechen, Durchfall, Magenkrimpfe und Übelkeit. Im Gegensatz dazu kommt es bei einer Lebensmittelvergiftung zu keiner Vermehrung der Keime im Körper. Die Symptome entstehen durch Stoffwechselprodukte, Gifte, von Bakterien oder Schimmelpilzen, die von den Mikroorganismen selbst produziert werden. Plus mehr zum Thema, Lebensmittelvergiftung plus welche Mikroorganismen können Lebensmittelinfektionen auslösen? Weltweit sind rund 250 Erreger lebensmittelbedingte Infektionen bekannt, in Österreich sind jedoch nur einige weniger relevant, Bakterien Salmonellen, Campylobacter, Escherichia coli, Listeria, Käse, Schigella, Vibrio, Ersinia, Brussaviren Noro, Rota, Sapo und Hepatitis Virenparasiten Einzellige Darmparasiten wie Kryptospyridien, Kyklospora, Tuxoplasma gondii, Giardia und Amöben, primär Mitbringsel aus den Tropen, durch entsprechende Vorkehrungsmaßnahmen haben Lebensmittelinfektionen in Österreich in den letzten Jahren signifikant angenommen. Als Überträger von Lebensmittelinfektionen sind derzeit Campylobacter vorherrschend, gefolgt von Salmonellen und Schigellen. Wie gelangen krankmachende Keime in den Organismus? Rohe Lebensmittel in den meisten Fällen gelangen Mikroorganismen über Lebensmittel tierischer Herkunft in den Organismus. Rohe, vom Tier stammende Lebensmittel sind besonders häufig mit Krankheitserregern belastet, rohes Fleisch, Rohwurst, rohes Geflügel, Speisen mit rohem Ei, Rohmilch und Rohmilchkäse, roher Fisch und rohe Meerestiere. Die Vermehrung der Erreger kann entlang der gesamten Lebensmittelkette, im Futtermittel, im Tier, im Lebensmittel, im Menschen, stattfinden. Meist werden die Mikroorganismen von einem Lebensmittel auf das andere übertragen. Diese Form der Keimübertragung wird Kreuzkontamination genannt. Sie kann durch direkten Kontakt, aber auch indirekt über Hände, Messer oder kontaminierte Arbeitsflächen erfolgen. Der Schutz vor Kreuzkontamination in der Küche ist eine der wichtigsten Präventionsmaßnahmen. Von Mensch zu Mensch Die Keime von infizierten Menschen wandern meist auf dem fäkal-oralen Weg über Lebensmittel in den Körper einer anderen Person. Dafür reichen kleinste Spuren vom Stuhl infizierter Menschen, die nach dem Toilettengang direkt oder indirekt über damit berührten Nahrung in den Mund nicht infizierter Menschen gelangen. Infektionen auf diesem Weg können durch sorgfältige Händehygiene, nach dem Toilettengang und vor dem Essen, vermieden werden. Haustiere, Schadnager, Insekten plus mehr zum Thema, Händewaschen in der Erkältungszeit plus Verlauf die meisten Lebensmittelinfektionen äußern sich nach einer kurzen Inkubationszeit durch heftige Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen und Durchfall. Für kleine Kinder, Schwangere und Personen mit Vorerkrankungen können solche Infektionen unter Umständen sogar lebensbedrohend sein. Präparate mit dem Wirkstoff Loperamid sind bei lebensmittelinduzierten Infektionen kontrindiziert, da sie die Passage des Darminhalts verlangsamen und dadurch die Erreger länger als notwendig im Darm verbleiben. Prävention Allgemeine Hygienemaßnahmen Um die Übertragung von lebensmittelbedingten Infektionen zu verhindern, stehen allgemeine Hygienemaßnahmen an erster Stelle. Der beste Schutz vor Infektionen ist regelmäßiges Händewaschen, idealerweise mit Seife unter fließendem Wasser. Weiters ist es wichtig, im Bereich der Küche auf benible Sauberkeit zu achten sowie Arbeitsgeräte und Flächen bei der Zubereitung von Speisen stets reinzuhalten. Küchentücher und Schwämme sind ein häufig nicht beachtetes Erregerreservier und sollten regelmäßig gewechselt werden. Garen und Kühlen Auch Temperaturfehler ermöglichen das Überleben und die Vermehrung von Mikroorganismen, mangelhafte Kühlung, ungenügendes Erhitzen, das Wiederaufwärmen von Speisen, langes Warmhalten bei zu niedrigen Temperaturen, unter 60 Grad Celsius können sich Mikroorganismen leicht vermehren, und zu langsames Abkühlen von Speisen können die Kernbelastung drastisch erhöhen. Insbesondere unter 60 Grad können sich Mikroorganismen leicht vermehren, beim Kühlen hingegen wird die Vermehrung der meisten Bakterien verlangsamt oder sogar gestoppt. Eine gleichmäßige und vollständige Erhitzung roher Lebensmittel kann Lebensmittelinfektionen verhindern. Die Temperatur im Inneren der Speise sollte für mindestens 2 Minuten 70-100 Grad betragen. Auf diese Weise werden die meisten Krankheitserreger abgetötet.